Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist wieder eine neue Runde Boy Stars und wir werden heute wieder mal fünf Runden spielen und mal schauen wie viele Trophäen wir wieder Plus machen können. Ich bin auf jeden Fall jetzt schon sehr in Rückstand geraten und auf 400 Start von Österreich da bin ich wieder sehr runter gerutscht. Man muss jetzt wieder mal ein bisschen pushen und dann einfach mal fünf Runden spielen und ein bisschen talken über einige Sachen die jetzt neu dazugekommen ist in dem Boy Stars. Und ja, nun starten wir die erste Runde. Wir sehen hier Burg, wenn ich jetzt Power 9 habe, das heißt ich kannte die Starbauer bereits ziehen. Das kann ich jetzt auch bereits mit Garrel oder auch mit Bull. Jetzt habe ich ja noch keine wieder drei gezogen. Und jetzt bin ich im Sandwich und das schaut schon mal Doom aus. Ja, bin tot. Oh Gott Leute, ich hasse jetzt immer im Sandwich. Ja, Minus 6. Ach Leute. Ja, die Shellys sind, ja, die sind einfach viel zu kraten auf allen Maps da. Das ist einfach den Shellys ganz so, egal wo, egal ob wer der Map so wenig ausbricht, hm. Das ist einfach den Club. Ja, das war wichtig. Und jetzt kommt sie noch ein Hit. Zum Glück hat sie keine Starbauer gehabt. Hätten sie eine Starbauer gehabt, dann werde ich wahrscheinlich noch selber gestorben, weil es ja wieder mit ihrem Wunderpflaster kommt. Dann werde ich da umgegangen, aber so ist das mal nicht schlecht denn. Auch die, das soll ich dann gleich für den Sandwischen. Und wir machen jetzt wieder Plus. Wir müssen jetzt ja auch wieder die 6% da hin aufholen. Und da hätte ich die Neuigkeiten gibt es gerade im Ballsort. Und ich war auf jeden Fall die, ich glaube ich, die letzten drei. Starbauer noch, kann das sein? Ich glaube, das war auf jeden Fall eine der letzten. Starbauer sind rausgekommen, das war für Elfremo die zweite. Dann auch für Gerber die zweite und für Bye Bye die zweite. Ich glaube, das waren sogar die letzten. Jetzt haben sie, glaube ich, alle schon. Ich weiß, da waren vielleicht noch eine gefehlt. Sonst haben sie schon alle. Ein, zwei könnten vielleicht noch fehlen, aber sonst. Schaut sich mal gut aus. Und schaut deswegen auch sehr gut aus, weil ich mir halt denke, dass jetzt dann bald vielleicht ein neues Abteil vorstehen könnte. Da werden wir die jetzt schon fast alle Starbauer haben. Bitte gib mir den Hit der Symbol. Ja, der geht auch nicht. Dreckige Dima. Und dann haben wir die 6 wieder mal aufgeholt. Und wir können in den letzten mal Runden nochmal Plus probieren zu machen. Ich bin echt gespannt, ob endlich dann mein neues Update auch kommt. Ist auf jeden Fall schon länger her. Und wäre jedenfalls so, so schön. Wieder mal einen neuen Brawler zum Beispiel bekommen. Oh, das wäre, das wäre doch. Brawler fehlen, der wird wirklich jetzt schon wieder mal ein neuer. Und jetzt kommt ja auch so viel von Supercells in der Sommerpause zurück. Und dann könnte es richtig weitergehen. Und dann natürlich auch die 3 hätte noch eine wichtigere neue Zeit, die es eben im Spiel gibt, seit zwei Tagen jetzt. Und zwar die Ballstars Weltweiferschaften in Korea. Also als ich das gelesen habe, ich habe nicht erst gedacht, ne, das gibt es nicht, oder? Aber ich glaube, das wird mega, mega cool dort. Und man kann sich natürlich auch qualifizieren dafür. Das werde ich natürlich probieren. Es ist allerdings ein 3G3, das ist relativ auch bei Maze. Und das werde ich, falls ich Interesse habe. 16 Jahre muss man alt sein. Und ich würde mal spielte, bevor es nur mindestens 10K haben. Den für eine Maze würde ich noch brauchen. Und mit dem könnte ich dann Qualifikationsspielen. Also 16 Jahre und 10K mindestens. Und dann könntest du in meinem Team mit spielen. Bei der Karte. Stimmt. Dringen wir nicht, natürlich. Jetzt. Oh, die Chess lebt noch von am Ende. Bei der Karte geht es. Mit dem geile Swell. Wir kommen jetzt den Liefer von dem Po. Komm. Wirklich sehr gut weg da. Oh, weil wir beide einfach, ja ich liefer eigentlich nur mit dem Auto eben. Und jetzt. Hits. Oh, knapp. Jetzt hat sie getroffen. Bitter. Ist das bitter, Leute. Mann, ist das gerade gerade gelaufen. Aber es hat er was. Das sind immer wieder gut Problemen. So werden wir jetzt versuchen, daraus nochmal ein paar mehr zu machen. Das ist mehr Problemen ist besser. Oh, der Karte ist one shot. Aufpassen, den Viper sind brandgefährlich. Oh, wieviel Leben hat dieser Karte? Oh, wieviel. 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 Ah man, ich sehe noch viele Leute, das ist sehr viel gelungen, ja, dafür finde ich nur, dass es das ganze ein bisschen Solo und Duo gibt, das wäre auf jeden Fall etwas ganz tolles gewesen, weil es ja eben nicht so hohe Ruhe spiele, aber kein Ding, man ist das mit Leon unfair, so, eine Runde haben wir noch, man ist das, also Leon, das ist wirklich so ein bisschen unfair mit dem ganzen Unsicherheit, aber ja, was vielleicht auch noch ein bisschen blöd finde von diesem Ganzen, woher ich das vielleicht noch zu schaffen, ist natürlich das ganze nicht, man muss jetzt in der Erde halt keine Mist machen zu dürfen, finde ich nicht wirklich gerecht, sagen wir mal so, wie ich, ich bin nämlich jetzt heute jeder, die Chance bekommen, da wirklich mitzuspielen, weil es gibt wirklich einige Spiele, habe ich in den Kommentaren, für mich den ganzen Wolfers gesehen, dass die gesehen haben, ich habe 18k, in 14 Jahren kann ich mitspielen, das ist wirklich schade, wenn die wirklich so stark sind und dann eigentlich nicht spielen dürfen, denn Alter, das wäre ein bisschen blöd, aber man kann halt auch nichts dagegen tun, ich bin zwar noch ein Bräuchteil, so, jetzt müssen wir hier, nach dem konnte ich nicht hören, kann ich die letzte Runde noch gewinnen, ja, ich glaube, aber ich mache Plus, das bedeutet, wir gehen dann nicht mit einem Minus bereit, Alter, ja, das ist ja nochmal Plus gemacht, das war wichtig für die letzte Runde, ja, fast auch für 13.100, das ist auf jeden Fall nicht schlecht, und ich würde sagen, das war es in diesem Video, ich hoffe, es hat euch gefallen, und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, ciao!